Jo moin Leute herzlich willkommen zu dem Bonus Prediction für den vierten Spieltag der ELF Joopin League of Football Saison 2022. Los geht's! Welches Team holt am vierten Spieltag die meisten Punkte? Düsseldorf, Rheinfeier. So, das war's von den Bonus Prediction am vierten Spieltag in der vierten Woche der Joopin League of Football ELF Saison 2022. So, wenn dir das Video gefallen hat, lasst ein Dornchen nach oben da, vergisst kein Abo, dann nimmst die Glocke, die nicht vergessen zu aktivieren, dann verpasst dir keine Benachrichtigung auf diesem Channel und bis dann, ciao! Saison 2022